Oh, Bobby, isn't it? Would you like M? Or Fli? Wee, what's your pussy? Hi, Kenneth! Willkommen zu meiner dritten Don't try to laugh challenge. Ich hab mir extra diverse Snuff-Videos davor angeschaut, um es nicht zu lachen. Starten wir das Geschehen. Ask the child, if he or she is choking. Are you choking? Are you choking? You're a fucking idiot. Cran? No, thank you. I take it back. Like my man. Bitch, what the fuck? I got a chocolate bar. I got a quarter. I got a rock. Shut your bubblegum, dumb, dumb looking ass the fuck. Hey, you. Hm. Shut your bitch ass up. Es waren jetzt gerade mal vier Videos oder so, gucken konnte, ohne zu lachen. Und jetzt kommt einfach hier Monsieur, ähm, Drama und bringt mich einfach voll aus dem Konzept. Achtung, knallhart. Guck ich mir das an, Alter. Warte kurz, Tränen aus dem Auge wischen. Gut. Jetzt aber, ne? Oh, okay, das ist bekannt. Scheiße, das kannte ich doch nicht. Das ist, diese Erweiterung war mir bis jetzt nicht bekannt. Ja, das werden die Frauen doch auf jeden Fall, äh, so, äh, auch unterschreiben können. Nehme ich einfach mal an. When we go in this restaurant, you are 12. Mom, I am 18. And would you like a kid's menu? Yes, I do. Yes, I do. And would you like a kid's menu? Yes, I do. So it's 5.69. I got it. My treat. No. It's fine. No, no, no. It's okay. No, no, no. No. Why don't we just relax? We'll turn on the radio. Would you like M or Fli? Was war das denn? Warum hat die, was, war das jetzt auch, war der Ton auch, war der Ton auch zurechtgeschnitten? Oh, war der Ton auch. See ya, bitch. Oh, David! Stop fucking following me! This is athletic! He struggles to lift the weight, but I got what I'm alone to keep me in shape. That is Dexter. Here's the only thing I- I ought to slap your white head. That is Dexter. Der dicke DJ-Bubo-Verschnitt, das ist gangst, dude, das ist fucking gangst. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Aber du musst Taylor Swift lieben. Ich muss nichts tun, außer Geld bezahlen und sterben. Wenn er kreischt... Wenn das Vieh los kreischt... Bitch! Gebt einen Daumen nach oben, falls euch das Video zugesagt hat. Are you choking? Are you choking?